Großeinsatz heute Mittag für die Feuerwehr auf der A5 bei Weiterstadt Gräfenhausen. Dort ist aus einem Lkw Salzsäure ausgelaufen. Die A5 musste zeitweise in beide Richtungen vollgesperrt werden. Die Polizei sagte mir, dass an einem Lkw ein Ventil undicht war, sodass Salzsäure auf die Fahrbahn laufen konnte. Der Lkw-Fahrer bemerkte den stechenden Geruch, weil er im Stau stand. Die A5 wurde sicherheitshalber gesperrt und ein Gefahrenbereich eingerichtet. Nur die Feuerwehrspezialisten in ihrer gelben Schutzkleidung durften ganz nah ran. Das Ventil konnte mittlerweile abgedichtet werden, so die Feuerwehr. Der Lkw ist auf den nahegelegenen Rastplatz Gräfenhausen gefahren. Es besteht laut Polizei keine Gefahr mehr.